Yo Homies, was geht und willkommen zurück zu GTA. Es geht weiter. Ich bin hier mit Frankl am Start, mein Auto sieht natürlich wie eine Bombe aus und ich hab mich hier mit Beverly getroffen, denn wir wollen noch ein bisschen Fotos machen gehen. Wir sind ja kleine Stalker. Man, man, sie ließ cotton candy und Puffin. Ja, nicht in die Bung Hall. No, no, seriously, dude. One shot at that dirty little slut monkey and we're in the money, homie. We're in the money. Who says America is going to hell? Well, not me. Come on, let's move. Now, remember, dude, this is a covert op. We need to blend in ninja style. Follow my lead, confident but forgettable. From here on out, we're ghosts. Yeah, me and you, we ain't gonna stand out. At all. Shh, you blow our cover. This should be fucking interesting. Oh ja, auf jeden Fall. So, ich glaub hier müssen wir rein. I can hear someone. Stay close and play it cool. What do you want me to do? I'm at work. The strangest type. It's not our heart. I don't care if it smells like number two. It's your grandfather. That's what family do. Listen, I gotta go. Love you. Do your homework, okay? Hey, Maria. How are you going? You know, another day. Another minimum wage. Einer Tag, an einem Mindestlohn. Come on. They should be just past this pool. Alles klar, wenn du das sagst. Oh mein Gott. Alles klar. Dann zoomen wir doch mal ein bisschen, würde ich sagen. Oh, oh, es ist fantastisch. Really? Yes. Oh, du bist so groß. I know. Alles klar. Und die können wir jetzt ein Foto machen? I'm really not that into this. Anni, wir filmen das ja. Stimmt ja. Really? I mean, I always watch afterwards and jump up and down, so it doesn't count. What? I'm not releasing a sex tape for at least three years. Unless my agent tells me to. I'm thinking of the camera towards the celebrity, you idiot. I love you, Poppy. I really want us to go places. I thought we could be the cutest teen couple. But, Justin, you're 21 and I'm 24. We only say we're teens for marketing purposes. That's not true. Okay, just get on with it, will you? I'm hungry. Was ne Schlampe, ohne Witz. There's someone watching. Oh, shit. Security. Oh, shit. 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 Ich bin unterwegs. Give me that camera. Nix da, Schätzchen. Du kriegst ein Sex-Tap schon früher, als erwartet. This show comes after us. Well, don't sit there. Filme that, Psycho-Slot. Damn. America's sweetheart is one angry-ass bitch. Hehe, I know that she's terrifying. It's perfect. I'll try to lose them. I was working on my quads, you idiot. Ja, genau. This is your chance, to get a good shot at her. Ja, ich filme sie schon die ganze Zeit. Das ist gutes Filmmaterial. Das sagst du. Ja, ich bin dabei. Keine Sorge, ich lasse nicht los. Ja, genau. Ja, ich bin dabei. Yo, Schätzchen, Alter. Ja, ist ja gut. Ich kann ja auch nicht alles gleichzeitig machen, wenn die so krass auf die andere Seite fährt. All this crazy ass bitch. Is that camera even pointed at her? Oh shit, we got traffic ahead. Going left, keep it steady. I will fucking destroy you. And everyone who knows you. Alles klar. Jesus, she's not on us. natürlich das kommt die folgte sondern hartnäckig Hahaha Mann, schweig! Ich hoffe, dass das nicht nur ein Film zu machen. Eh, was auch. Sie ist gut. Oh, schweig die Audio. Oh, ich kann jetzt nur die Hände. Poppy Mitchell kreischt Auto auf der Sex-Rampage-Druck-Druck-Druck-Druck-Druck-Druck-Druck-Druck. Hahaha Nicht schlecht. Eine weitere Erlumina-Erfahrung, homie. Hey, aber jemand muss das machen. Ich glaube nicht. Hey, schau, wenn du nicht wirst du rreichst, außer deinen wildesten Tränen, während du ein vitales Service zu machen, Du möchtest mich wieder. Aber dann wieder. Du bist nicht niddy. Ich bin niddy. Wann ich denn mein Geld kriege? Alles klar, okay, kurz abgetaucht, das haben wir nicht geschafft. Äh, ja gut. Kriegen wir denn eigentlich wirklich Kohle? Oder, äh, hab ich mir das Gefühl, wir sind der gleiche arme Schlucker wie zuvor. Äh, naja, was soll's. Auf jeden Fall so, wir wechseln jetzt mal zu Michael zurück. Äh, unser Fahnenwetter hat sich übrigens auch schon wieder verbessert. Äh, eben. Also das war noch bevor ich die Aufnahme gestartet habe, glaube ich. Da hat sich der auf 80 von 100% verbessert. So. Du blöde Schlampe, dass ich alleine was mit dir mache. Alles klar. Gut, was soll's. Fuck that bitch. So, weg da. Kann ich dich eigentlich hauen? Darf ich dich hauen? Auch wenn du meine Frau bist? Na okay, ich will jetzt kein Frauenschläger sein. Ähm, so. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf die Suche nach, äh, Fremde und Freaks. Und dann werden wir im nächsten Part uns mal zu Lester begeben. Aber in diesem Part möchte ich noch zu Fremde und Freaks. Und ich glaube dann ab Lester, äh, bin ich auch wieder... Also ich glaube, ab dann weiß ich jetzt nicht mehr, glaube ich, wie's weiterging. Bin mir aber auch gar nicht mehr sicher. Also es kann auch sein, dass ich die Story noch ein bisschen weiter kenne. Ich meine, viel von der Story haben wir jetzt noch nicht gemacht. So, alles klar. Meine Güte, dass ich hier keinen Unfall gebaut habe. Jesus, Maria und Christus. Ich bin Gott. Okay, da hinten ist jetzt wieder so ein Ereignis. Ach, da will ich jetzt aber, da will ich jetzt nicht hin. Weil sonst reicht die Zeit für den Part nicht mehr aus. Für, äh, die andere Nebenmission. Du sollst mal einfach abgewinnen, im Gegenverkehr zu fahren. Dann habe ich nicht mehr diese ganzen Probleme. So. Ah ja, und was das ist, weiß ich auch. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist ganz witzig. Leggelei Sweet. Ja. Das ist das, was ich spreche. Ja. Das ist das, was ich spreche. Ja. Ich weiß gar nicht mehr über Reefro. Sie haben die Vögel. Ich habe die Wahl gesehen. Das ist eine Lüge. Das ist die Demokratie. Das ist die Demokratie. Das ist die Demokratie, amigo. Die Demokratie kann meine Brühe. Die Demokratie nur funktioniert, wenn es die Leute intelligenten machen, was sie wollen. Das ist die Tyranie von morgern. Ja. 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 Ja, ich höre. Du fühlst es. Ja. Ich spiele den Tag und bin gut. Es ist ein pure, mellow High. Aber ich bin auch immer über die Monster. Ja. Ich meine... Ich bin sicher, dass sie nichts ernst sind. Aber äh... Ich lasse sie nie zu nahe. Oh! Was ist das? Das ist einfach eine der geilsten Missionen. Das ist so witzig. Wir knallen einfach ein paar Aliens ab, würde ich sagen. Die uns töten wollen. Aber wir haben ja unsere schöne Gatling Gun. Also... Was soll uns schon großartig passieren? Na, wo kommen die nächsten? Ach, da oben. Von wo? Da. Ja. Jo, hört auf um mich zu schießen. Nicht nett. Ha, unser Schießenwert hat sich jetzt auch verbessert. Ein paar mehr. Scheiß Aliens. Was? Das ist wie... Dem Typen glaube ich auf jeden Fall nie wieder was. Was das Kraut angeht. Von wegen es ist nichts gefährliches da dran. Alter So Was? Nix da Hier wird niemand entführt Ich werde doch hier nicht von Aliens entführt Ich glaube ich spinne Michael wird entführt Dass ich nicht lache Oh, oh, shit Oh, ich fühle mich so gut Und nach dem, du hast du gesehen Die Licker-Kumpanien hat die Prohibition für die Prohibition Das ist eine komplette Insanity So, ich denke, ich kann auf deine Unterstützung Was ist passiert? Was hast du gesagt? Wir diskutieren die Globalisierung Die Staat Die Staat von mir Aber es ist eine gute Grunde Alter, das Kraut, ey. Das ist ja wirklich hardcore. Ei, ei, ei. Hilfe. So, äh. Jetzt hätten wir noch eine Fremde und Freak-Sache eigentlich, oder? Ne, jetzt ist die verschwunden. Okay, komisch. Hm. Jetzt gibt es hier noch eine für Franklin, würde ich sagen. Ach, doch, für Franklin. Gehen wir mal zu dem Boy kurz und schauen, was der noch für uns hat. Machen wir die vielleicht. Wo ist denn der? Jo, gehen wir mal kurz da hin. Äh, wir wollen jetzt nur unser Auto irgendwie. Oder irgendein Auto. So, wie schön, dass hier doch wieder Autos kommen. Irgendeinen schnappe ich mir. Nehmen wir das hier. Komm, steck mal bitte aus. Raus da. Bleibst du drin, oder gehst du auch raus? Okay, geht auch raus. So, und wie versprochen, werde ich dann im nächsten Part, ähm, mich dann um die Läster-Mission kümmern. Weil, äh, darauf freue ich mich eigentlich auch. Wow. Das wird ziemlich cool werden. Müsst mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das überhaupt so gut findet, wie ich das mache, mit den Haupt- und Neemissionen. Ihr kennt ja immer diese Frage. Einfach mal reinschreiben. Aber ich finde persönlich, die Sache geht ja eigentlich recht abwechslungsreich und lustig. Von daher frage ich das. So, und was ist denn hier los? Hi. Ah, okay, ich weiß, was das schon ist. Alles klar. Okay, ja, genau, das hab ich auch schon mal gemacht. So, besorg dein Auto. Ja, bitte nicht das jetzt. Begebe ich mich jetzt echt mit der Schrottkarre zum Renten? Ja, nee, nee, wir nehmen lieber das Auto da. Also, bevor ich mich jetzt hier mit, äh, diesem Wagen dahin begebe, lieber das Auto nehmen. Das wirkt dezent schneller. Ob ich da mit dem Blumentopf gewinnen kann, mal schauen. Na, wir schaffen das schon. Ich werd' euch schon besiegen. Was ich mache? Dich wegrammen. Bitch, please. Haha. Die erstmal alle weggerammt. So, aber wenn ich die wegramme, ha, jetzt haben wir den schon weg. Also, jetzt müssen die da hinten sich erstmal wieder gekramt bekommen. Und in der Zeit kann ich hier die Typen überholen. Nix da. Also, jetzt bin ich hier erster. Man muss sich eigentlich nur am Anfang einen Vorsprung verschaffen. Und wenn man dann vorsichtig fährt, dann geht das eigentlich. So, ich hab das Rennen, als ich das das erste Mal gefahren habe, hab ich so gnadenlos verkackt. Das weiß ich noch. Das war echt schlecht. Ich dachte so, okay, man muss das Rennen einfach nur spielen. Aber man muss, glaube ich, erster werden. Wenn ich das noch so auf der PS4 in Erinnerung hatte. Boah, da hab ich mich dann damals so geärgert. Weil hier, ihr seht das ja gerade. Die Autos haben ganz schön wieder aufgeholt. Das ist das Problem. Ich fahre halt in diesen Kurven echt immer vorsichtig. Äh, nur weil ich halt Angst habe, aus der Kurve rauszufliegen. Und die anderen Autos, die rasen immer so um die Kurven und schaffen das dann auch noch. So, ihr seht, genau so ein Fehler. Wenn der passiert, direkt Sechster. Das ist das. Das ist wirklich das Problem, was ich nämlich meine, weil, ganz ehrlich, die Autos sind äh, direkt am Austicken. Ja, scheiße. Das weiß ich dann. Dober Fehler. Ja, du blöder Bus. Ist klar. Fick dich doch. Ja, ich hasse sowas. Oh, fuck. Die werde ich... Wir müssen jetzt echt nochmal einen Unfall bauen, damit ich die überholen kann. Ja, genau, Alter. Ne? Behindert mich doch alle wieder. Deswegen hasse ich den GTA Online auch errennen mit Gegenverkehr. So. So. Ah, scheiße. Ich muss noch das Auto auffüllen. Komm schon. Das muss mir jetzt einfach gelegen. Aber nicht, wenn das Auto so wegzieht. Ne, den hole ich nicht mehr in den Wichser. Ich glaube nicht. Ne. Ne. Scheiße. Und damit habe ich es verkackt. Das ist nämlich das Problem. Franklin hat nicht gewonnen, Alter. Dass es so ein Dreck ist. Unglaublich. Also, boah. Ich verfluche einfach wirklich jedes Rennen, was mit, äh, Gegenverkehr ist. Weil, ich finde, das ist einfach so ultra nervig. Weil, es ist ja schon so, dass wenn du gegen andere Spieler fährst und die, sag ich mal, hinter dir sind und die stupsen dich ein bisschen im Kofferraum an, dann dreht man sich ja schon. Exakt, wenn man so ein Drecksauto hat, wie das hier, was sich einfach schon nach jedem Windstoß dreht. Und wenn man dann noch Gegenverkehr hat, der ist zum Teil so unfair, da wirst du nämlich nur durch die Gegend geschubst. Das ist so eine Scheiße. Äh, und das liegt auch wirklich nicht daran, dass ich jetzt schlecht fahre oder so. Ah, und da kriege ich echt zu viel. Das Auto hat einfach so einen Scheiß Drift, dass, ihr seht das, es zieht einfach immer weg. Egal, ja, 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 fick dich doch, Au Bananen. Ganz ehrlich. Das zieht einem auch immer alles weg. Ich kann eigentlich direkt neu starten, weil das Problem ist, der eine Wichser ist schon so weit vorne. Das bringt schon gar nicht. Ja, guckt, guckt euch an. Guckt euch an. Diese blöden Hurensöhne. Ohne Spaß. Ich habe schon keinen Bock mehr. Ohne Witz. Ohne Spaß. Deswegen hasse ich diesen Gegenverkehr. Das ist so eine dreckige Scheiße einfach nur. Ohne Witz. So, Mission normal spielen, ey. Diese dreckigen Wichser. Ja, danke. Jetzt kann ich nicht Mission nochmal spielen. Achso, nee, das ist für... Boah, ey. So eine blöde Scheiße. Ja, klar, weil ich natürlich jetzt im Startmini war. Ja, das kann ich vergessen. Das ist so eine Scheiße einfach nur. Deswegen hasse ich diese Mission. So abgrundtief. Kann ich vergessen. Also brauche ich erst gar nicht weiterzufahren eigentlich. Problem ist nur, es gibt ja in GTA hier keine Neustartfunktion. Zumindest habe ich sie noch nicht gefunden. So ein scheiß Auto. Vielleicht hätte ich mir halt einfach ein anderes besorgen müssen, aber... Äh, trotzdem. Du blöder Wichser. Ja, guck, guck, ich ramme ihn und wer fliegt eigentlich auf die Fresse? Ich. Ist auch gut. Ja, geil. Es ist wirklich Hammer. Ich liebe mein Auto. Das ist wirklich Hammer. Das ist... Das... Das... Das muss nur von einer Ameise angeplettet werden. Oh mein Gott, er fliegt aus der Bahn. So... So fühlt sich das wirklich an, dieses Auto. Anders kann ich das nicht beschreiben. Ja, zieht euch rein. Ich ramme den und ich fliege zur Seite. Das Auto kann einfach nichts. Hey, take it easy. Ich meine, ich bin schon genug, äh, Auto gefahren in Online, in diesen Online, äh, im Online-Modus von GTA, dass ich das weiß, dass das echt ein Abfahrkauto gerade ist. Ja, das kann ich knicken. Den Wichser hole ich nicht ein. Da muss man von Anfang an eigentlich einen verdammt geilen Vorsprung haben. Wenn man den nicht hat, dann hat man es eigentlich verkackt. Das kann ich halt knicken. Ich meine, wow, die hole ich ein. Aber ja, da haben wir es verkackt. Aber es ist auch schön, dass man nur die Chance hat, neu zu starten, wenn das Rennen natürlich vorbei ist. Damit man auch schön diese, äh, zwei Runden fahren darf. Ja, wenigstens mal Turbostart gehabt. Ich muss die eigentlich nur aus der Bahn so ein bisschen drängen. Boah, ich muss ja selber gucken, dass ich das Auto ruhig halte. Sonst fliege ich nämlich aus der Bahn. So. Ach ja, dieses Rennen. So, jetzt bin ich vorne. Mal schauen. Eben war ich ja auch, die erste Runde vorne. Und dann habe ich ja einen scheiß Fehler gemacht und dann war es adieu. Wie zum Beispiel sowas. So, was meine ich dann? Meinen ganzen schönen Vorsprung, ein ganzer schöner Vorsprung ist direkt für den Arsch. Hier muss ich gleich aufpassen. Diese eine Kurve, die kommt, die ist gefährlich. Nämlich genau die hier. Ja, oder? Ne, hier kam sie jetzt, glaube ich. Genau, da muss ich aufpassen, weil da ist sonst nicht direkt dieses scheiß Werbeplakat. Und da, wenn ich dagegen fahre, dann habe ich es halt verkackt. Ich muss einfach nur vorsichtig um die Kurven fahren, weil das Gute ist ja, die Autos, die kicken sich da ja immer gegenseitig total aus der Kurve. Und wenn ich dann hier vernünftig rumkomme, dann habe ich es ja eigentlich. So, immer schön noch auf diesen, wo es ein bisschen weiter runter geht, langsam fahren, nicht, dass man da so einen Hüpfer macht und dann aus der Bahn fliegt. Will jetzt wirklich nichts riskieren. Will dieses Rennen jetzt einfach nur gewinnen. So, damit haben wir es geschafft. Meine Fresse, war das ein Abfuck. Ei, ei, ei. Und das für Behinderte 200 Dollar. Ohne Spaß. Ach Gott, ne. Auf jeden Fall, Leute, so, nach diesem kleinen Uprage am Ende, würde ich sagen, bände ich jetzt hier den Bart. Wir sehen uns im nächsten Video. Und über ein Däumchen noch rum würde ich mich vielmehr freuen. Bis dann.